hallo hallo zu dem letzten hauptlevel der letzten hauptmission der letzten party von partyhard und danach erwarten uns noch 7 afterpartys das ist ganz crazy denn wir haben jetzt unser nicht normales kostüm ein und alle anderen sind so dressed wie wir und das ist wirklich fies also nicht die diese tatsache sondern die tatsache dass es hier echt echt krasses die events sind auch richtig krass bevor er panik ist müssen wir gleich alles auf einmal machen ok das ist gerade auch schon alle ledig die es erledigen könnte jetzt müssen wir uns an den rennen machen okay ausgeschaltet und die hat den getötet ist es so töten sie auch gegenseitig weil das wäre dann doch wieder cool das ist so eine killer party das war ich übrigens nicht deswegen kann er nicht mich meinen er guckt der kopf will mich festnehmen warum ich habe wirklich nichts gemacht er hat mich einfach ne shit shit der kopf wurde getötet gleich kommt das fbi shit 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 ach nee das sind ach das ist noch nicht das fbi das neuer polizist oh nein fuck fuck das fbi ist da ich habe unser level einfach nur noch mal schwieriger schwere 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 ja na da ist doch eine mörderstimmung der ist eh vergiftet sektor clear ach die sind beide jetzt unten rechts ok der ist krank aber in position ja ich müsste nur einen hierher locken nein ich wollte ihn verbrennen lassen das habe ich letztes mal getan als die fbi gekommen ist und dann hat es gut geklappt das blöde ist hier anscheinend wirklich dass die anderen sich gegenseitig auch töten und einem einfach die schuld in die schule schieben weil ich weiß ich habe schon ein paar dann gemacht aber die haben auch ein paar auch vom gewissen ne das fährt hat noch nicht sein maximum erreicht das ist krass ja kann das kann noch einen natürlich schnappt die pfeile sofort so das teil geht wohl gleich in die luft oder sowas naja da wird aber niemand daneben stehen das ist ja jetzt nicht für den polizisten gedacht der vielleicht mal dahin kommen sondern für a taste like shit jaja genauso wie du schnell noch was kaufen bevor der vielleicht auch stirbt ok ein polizist kommt vergiften erstmal die ach wir können eine person vergiften ok holt die person da gerade runter ok die beiden sind eh vergiftet da macht es keinen sinn irgendwie noch dinge zu tun und warum kommt das fbi wer hat deinen kopf getötet ach nö person ins feuerwehr hallo ich hasse es ich hasse es wenn die oder habe ich den kopf getötet nie diesmal habe ich sogar erstaunlicherweise aufgepasst muss ich sagen wer ich glaube selbst wenn ich jetzt gar nichts tun würde irgendwann würde ein kopf mich oh eine stun bombe ist sogar wirklich gut bringt hier wirklich sehr viel hohoho check dir mhm wo ist denn eine große ansammlung da links ja mhm ja das ist sogar ein stun dings was wir machen können das können wir sogar so machen und bevor da noch mehr leute kommen werden wir die hier oben abfangen so das fest mal haben wir uns nicht entgehen lassen wir haben die alle abgemorgest bitte aber sag mir nicht dass irgendein polizist ist noch nicht gestorben ne doch doch oder kommen die einfach irgendwann einfach sofort ich hasse dieses fbi ich versuche hier so nicht mehr die zu verbrennen ich werde jetzt vielleicht kann ich den hinterrücks ermorden natürlich nicht okay warum kommen die immer ich hasse ich hasse die so ich hasse die so arg das glaubt ihr mir gar nicht ich weiß gar nicht wie schön dieses spiel ohne fbi wäre ohne lästige nervige fbi ich weiß gar nicht das tötet immer nur eine person ne aber jetzt haben wir unsere stun gun auch nicht stun gun unsere stun dings ja ist natürlich ärgerlich vor allem weil wir jetzt nicht auf eine killing spree gehen können sowieso nicht hier weil hier anscheinend alles irgendwie keine ahnung fbi das habe ich auch nur einmal einmal geschafft diese ganzen map und das war sogar lästig achso ne die finden wir ja nicht die haben wir von dem aber jetzt ist es wieder vergiften aber jetzt ist es wieder vergiften eine person vergiften geht aber mehr ist schon schwierig ähm ach können wir hier wir hier eigentlich mal anrufen wen können wir denn anrufen wer hilft uns ich seh nix ok keine ahnung warum es hm schade ich dachte irgendwas cooles würde passieren oh hä haben wir das fbi gerufen haben wir unser todesurteil verstreckt ok ich dachte wir könnten es ok letzter versuch diesmal diesmal werde ich niemanden anrufen schade dass wir nicht so schnell unten sind können dass wir den bär und die ganze gruppe mit dem zebra erwischen können aber jetzt ist es ein bisschen mau was wir da haben da rennen die vielleicht nach da hm ich geh grad die ganze zeit in derselben im selben im selben muster vor hmhm smoke grenade ist sogar noch besser als alles andere smoke grenade sind die wahren grenades hmhm ich weiß ich sag das hier über jedes ding das wir bekommen weil alles hilft alles hilft jeder ist hm 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 ja hm hm bekommen. Ah, schade. Ah, drei, okay. Geht sogar. Oh, cool, 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 ein anderer Killer. Ist das stressig, ist das hier stressig. Wir könnten natürlich eine Smoky hier machen. Smoky. Warum ist hier das FBI schon wieder da? Willst du mich verarschen? Gut, der geht wieder raus. Ach, das gehört halt zum Level wahrscheinlich dazu, aber das ist echt nervig. Das haben wir geschafft schon mal. 27 von 24. Ach, wir haben von hier oben einen töten können. Hallo Officer, die Leichen, die Sie gleich finden werden, gehören nicht mir. Okay, FBI, ich hasse euch. Aber wisst ihr, wen ich auch hasse? Türsteher. Und ich glaube, ihr seht, wie schlimm dieses ganze Ding ist. Die morden sich da immer noch irgendwie ab, oder? Ich wurde jetzt zweimal festgenommen von Typen mit Sonnenbrillen. Das ist kein guter Tag. Aber wie immer, hier bei Party Hard, wir wollen nicht so viel Zeit in dieser Map verbringen, da wir das auch nicht nötig haben. Und ich wollte die euch ja auch mal zeigen. Und dann sehen wir uns in den nächsten sieben Folgen noch bei den After Partys. Wir sehen uns. Ciao.